So Leute, willkommen beim Attack of the Undead Community Event auf der Event-Map im Hauptquartier, könnte man so sagen. Ja, diese Woche kamen auch zwei Videos weniger als normal. Ich hatte einfach etwas Probleme mit dem Upload. Das wird sich jetzt ändern. Morgen ist ja wieder dieser videofreie Tag, aber danach geht's hoffentlich weiter. Und dann reden wir auch mal über das wunderschöne neue, angekündigte DLC3 mit den drei neuen Maps. Und man hat ja schon eine neue Waffe im Trailer gesehen. Darüber aber Sonntag mehr. Heute geht's mal hier um diese wunderschöne Zombie-Map, die mir echt gut gefällt mit dem Luftschiff, das mit den Suchscheinwerfern sich da umschaut. Dieses etwas brennende, zombiehafte, wirkende etwas, dieses ganze Gebiet wirkt so finster und düster. Richtig geil, gefällt mir. Ich find's wirklich schön, wie die Community Events hier im WW2 umgesetzt werden und wie hier alles in den Community Events läuft. Auch hier in der Mitte dieses Feuer und die Zombies in den Käfigen. Hier auch unser neuer Händler mit dem neuen Equipment mit seinem Claymore-2-Händerschwert. Hier halt die Zombies. Das sieht echt cool aus. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt hier was zensiere. Ich kommentiere zuerst. Danach gucke ich mir immer erst die Namen an, ob was zu zensieren ist. Das sehen wir dann. Aber es sieht echt schön aus, muss ich sagen. Auch hier dieses Luftschiff, was dort so über dem Wasser ist und dort mit seinen Suchscheinwerfern nach was auch immer sucht. Ich denke mal Zombies oder? Weiß ich auch nicht. Ja, sonst die ganze Map hier überall brennt, was überall Luftschiffe ist, es gewittert im Hintergrund. Es ist einfach eine wirklich schön gemachte Community Event Map. Und ich frag mich, wie wohl das nächste Community Event aussieht, was wir als nächstes bekommen und wie es dort denn wirklich aussehen wird. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Was ich mir vorstellen kann natürlich wäre, eine weitere Schnee-Dings, also ein neues Schnee-Event, irgendwie Ostfront-mäßig. Ja, aber auch wärmetechnisch, dass wir in so einer Hitzewelle sind. Ich weiß noch nicht. Also es gibt noch viele Möglichkeiten, wie das Hauptquartier aussehen kann, wie es am Ende aussieht. Das können wohl nur die Entwickler uns sagen oder dann halt zeigen, wenn es so weit ist. Und ich denke mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war das Hauptquartier vom Community Event Attack of the Undead. Und bis zum nächsten Mal, euer Remske. Lasst eine Bewertung da. Daumen nach oben, nach unten oder einen Kommentar und ein Abo für die ganz Mutigen, damit ihr nichts mehr verpasst. Also, ciao, ciao meine lieben Freunde und noch ein schönes Wochenende wünsche ich euch.